ja das mit dem nächsten morgen aufwachen klappt natürlich nicht so ganz wenn man sich morgens um zehn ins bett legt das heißt die sonne geht jetzt gerade und da aber es hilft können wir uns da im dunkeln besser durch die stadt durchschleichen und das passt er ist allerdings noch etwas lebt da haben wir jetzt allerdings nicht für bräuchten irgendwas mit einem kick also richtig schön wach macht ist doch bestimmt irgendwas nicht ganz so heftig drogiges für oder wir haben auch keine keine nuka cola doch da nuka cola quantum die muss es sein um liturgie zu kurieren wie war das doppelt so viel kalorien doppelt so viel koffein war deren slogan doppelt so lecker und schon so wach aber so richtig von du spürst noch immer das koffein in deinen adern das wird auch noch eine weile so bleiben bandagen hast du hoffentlich dabei albert ja natürlich gestern abend schon gemacht das bandagieren er wird sich nicht blutend ins bett gelegt haben hoffentlich und jetzt richtung dort mit du bist du weine vielleicht mal presse mitnehmen ja doch nicht was wie geht's dir kumpel was sollst du damit sagen albert er soll hier hey soll weggehen ganz 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 wie geht's dir kumpel da ist vielleicht das beste wenn wir uns eine weile trennen junge genau hier in sanctuary kannst du bleiben da hinten in die hundhüse die surges aufgebaut hat und jetzt schnappen wir uns preston nicht nur weil wir dann eine lasermoskite mehr an unserer seite haben was praktisch ist sondern auch weil der mehr schleppen kann wieso das nein wo ist denn mal mit dem schlapphut kurz vor das könnten wir auch mal nehmen dann wird sich bestimmt auch freuen mal hier raus zu kommen oh du klingst aber deprimiert ja komm mit ja natürlich vielleicht bist du noch ein bisschen besser drauf wenn du ein paar käfer zerflambieren kannst ich weiß gar nicht das letzte mal saubere fingernägel hatte so dann kommt preston halt nicht mit der ist bestimmt irgendwo man sieht dann unterwegs und sagt ballerst du hier auf die wand zum ziel schießen oder was mhm sumpf vorsichtig um die patrouille ja an einmal an einmal preston kurz vor scheint es nötig zu haben ein bisschen aus sanctuary hills rauszukommen seine programmierung hat ja verhindert dass er sich 200 jahre lang allzu weit von sanctuary hills entfernt er war innerhalb dieser zeit mindestens einmal in concord und da haben ihn raider angegriffen aber sonst wird er nur hier gewesen sein das klingt sehr langweilig und der ist schon ein bisschen weiterentwickelt also er hat ja schon eine persönlichkeit und alles das heißt er wird auch langeweile haben deswegen ist er vermutlich auch durchgedreht als albert in diamond city wohl zu wissen wenn der name eine gewisse bedeutung hat muss es dort recht schön sein hm ja dann müssen wir auch bald hin aber er ist ja nicht gerade bei sinn gewesen als albert ihn zum ersten mal getroffen hat und dachte immer noch es wäre 2077 aber danach nach dem wachrütteln sammelt er sich jetzt langsam wieder und mit codsworth Richtung diamond city ist vermutlich nicht die beste idee weil er ist ja doch schon ziemlich auffällig und das erste mal nach diamond city werden wir uns schleichen müssen aber da wird bestimmt ganz viel auf dem weg hin sein was gefährlich ist wo müssen wir jetzt eigentlich genau lang da müssen wir hin am horizont nicht um genau rein zu stürmen das wäre zu viel vermutlich aber um die munition ein wenig zu reduzieren das heißt einmal wieder rum augen offen halten nach raidern und irgendwelchen raidern nestern die übersehen wurden und vielleicht einen hintereingang finden das wäre noch ganz nett man kann auch mal die zehenspitzen reinhalten und so ein bisschen deren anzahl reduzieren müssen wir schauen wenn wir da sind verkaufen können wir hier nichts mehr die wurden schon ihrer deckel entleert da müssen wir in der woche oder so noch vorbeigucken wenn die genug handel getrieben haben um neue deckel zu bekommen waren wir da schon drin im Haus kannst du mitteilen gotts wo ist ja ja dem Haus waren wir schon sind sich da inzwischen wer neues eingenistet nö alles geplündert nö 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 sich befindet und der Feind ist dieses mal für Albert kein chinesischer Soldat in Alaska also Alaska keine Ahnung an die Ecke die Anchorage Linie halt so das sind jetzt runtergekommene Raider in zusammengewürfelter Leder und Metallrüstung die können da nicht wirklich mitteilen also weder mit Albert noch mit dem Feind von damals und hier müssen wir vorsichtig sein nicht wegen den Dinger da unten die sollten wir so so hinbekommen aber wie einer überfällen dergleichen aber wir können ruhig abhauen hauptsache wir liegen oh nein mit dir bin ich noch nicht fertig Gott sei Dank ich glaube du wirst gerade von einem Baum aus manövriert aber trash talken kann er mit dir bin ich noch nicht fertig und die Rehe hauen einfach ab ja ja Gott sei Dank du befreist dich ja schon kommst hinterher ne die sind gar nicht so zögerlich ja gut wenn ihr stehen bleiben wollt dann bleibt ihr halt stehen mehr Schnitzel für uns Leder sehr gut oh Pip-Boy zeigt eine Ansammlung von interessanten Dingen im Osten an das ist echt komisch aber Strahlung stellt wohl echt schlimme Dinge mit deinem Gehirn an selbst der Haltung Trieb scheint nicht mehr so vorhanden zu sein so den letzten lassen wir da hinten was sagt denn der Pip-Boy hier oben also er springt auf alle Arten von Zivilisationen also wenn er irgendwelche elektrischen Signale empfängt dann macht er dann Ping oder größere Metallansammlung Don't fear the beer wow da ist ein richtiger Bär und ich fear den Bier gott's worse und der Blumwerfer da ist der Blumwerfer warte erstmal die Waffe ordentlich holstern das geht so nicht so das grobe Ding ist da gut und die gute alte Handknarre kommt da hinten brauchen wir den mal austricksen ne ne das wollte ich nicht so und jetzt kommst du bitte oh da ist ja noch einer gut kugeln die Dinger aber Knochen, Leder ein Trophäenkopf und so und da ist irgendwas strahlenverseuchtes was man auf dem Campingplatz natürlich immer deponiert neben seinem Van oh Affe bist du eine Bombe oder bist du einfach nur eine creepy Affe kein Risiko also bisher Bären aber nichts wirklich Gutes zum Plündern no First Aid Poison Antidote Bandagen Wrap joa doch das ist schon besser Cram brauchen wir nicht Cram braucht man höchstens für für Köder für eine Angel aber da haben wir genug zu Hause so kann man in dem strahlenverseuchten Ding irgendwas sehen ja da ist eine große Kiste große Kiste klingt super Red X Mission, Mission, Mission schon was zum zerlegen und das war's lass mich raus Gott weiß so ok es ist überschaubar was sich da in der Strahlung eingefangen hat und neue von den Viechern richtig große Herde hier hey du Mist verbockt ui da scheint eine Farm zu sein mit Robotern hm ähm ja das notiert das jetzt doch gleich das wäre südwestlich von Corvega Roboterfarm Fragezeichen hört sich interessant an würde kurzfristig wahrscheinlich auch freuen sich das anzugucken haben eigentlich wollten wir ja um Corvega rum das alles äh um Raider befreien und nicht unbedingt Roboter hier aber hört sich echt depressiv an also gucken wir mal erstmal ob die freundlich sind ne Cosplay ist keine Versprechung eventuell müssen wir da seine Brüder und Schwestern da gleich mit einem groben Ding zerlegen ha erwischt nicht wirklich gutes Fleisch rausbekommen es sieht hier brutal aus mit seiner Kette Säger wirklich viel machen tut es nicht wollen wir nicht kotzen hey hier drüben nein nein lass das Reh Reh sein jetzt nicht unbedingt zu den Snipern laufen guck dir das an komm mal her okay so und jetzt schauen wir mal ob die friedlich sind also sie scheinen sich da um die Felder zu kümmern und die hätten uns schon längst bemerkt nicht sehr erfolgreich um die Felder zu kümmern muss man gestehen was du klingst wie der Moderator einer Spielshow das ist die korrekte Antwort gut gemacht ladies und gentlemen sollen wir den glücklichen Gewinner verraten welchen großartigen Preis er gewonnen hat äh klar okay hier entlang bitte schauen wir uns den großartigen Preis einmal an das ist eine Falle oder das hier 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 hä okay die Roboter scheinen auch nicht so ganz bei Sinnen zu sein ähnlich wie kurz wo er ist mal anfangen ein brandneues Auto wow wenn du bereits das Neueste in Sachen schicker Atomarbetriebe der Mobilität besitzt kannst du dir dein Preis auch auszahlen lassen wie klingen 100 Kronkorken ich habe eine Idee machen wir einen Deal gefällt mir wie wäre es mit 150 Kronkorken ich nehme die Auszahlung hier bitteschön wenn du den Gewinner zu nutzen willst etwas von Robco zu kaufen dann werden wir uns sicherlich nicht beschweren ha ha nun es war mir eine Ehre danke dass du mitgespielt hast bitte bitte ha ja Gott sei es fand es anscheinend nicht so schön dass wir seine Programmierung ausgenutzt haben aber hey wir haben gewonnen und Albert hat zu Hause ein Auto stehen das Auto ist ähnlich kaputt wie das hier aber er hat ein Auto also hat er die Auszahlung genommen was das ist nicht so verwertlich Green in Grey Garden ist der Preis immer heiß sollten wir einen Deal machen in Ordnung so was hat er ein schönes er hat Lederholzdünger ja oh das ist vielleicht keine schlechte Idee also Karotten fehlen uns noch eventuell so ein Bündel Karotten kannst du ruhig mal mitnehmen darf er ihm Zigaretten geben was auch immer er mit Zigaretten anfängt aber hey kann er ja weiter vertauschen irgendeine Kleinigkeit noch einzelne Packungen Albert will richtig zum Zigarettenhandlayer annehmen ja aber was das hier jetzt überhaupt selber ist außer dem Namen Grey Garden spuckt er hier nicht aus also gucken wir uns mal um ob es noch irgendwelche anderen Roboter sind mit denen man reden kann die hier machen einfach nur ihre Arbeit das sind Drohnen hier drin ist auch alles vergammelt äh Mutterbären nee wir haben leider keine Mutterbären über aber falls sich das mal ändern sollte können wir ihm vielleicht ein paar in die Hand drücken was ist mit dir du siehst auch noch auffällig aus willkommen in Grey Garden Liebling dies ist die erste und einzige Hydro-Kultureinrichtung im Commonwealth die ausschließlich von Roboton betrieben wird es gibt hier keinen einzigen Menschen? ganz richtig Liebling wir sind vollkommen autark und benötigen keinen Menschen der unsere Tätigkeiten überwacht du musst wissen dass es hier zwei Arten von Robotern gibt die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben wir Aufseher also ich selbst Green und Brown besitzen komplexe kognitive Prozessoren wir sind in der Lage komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers Dr. Edward Grey ja schön und gut aber wenn ihr jetzt hier eure Zeit nur damit verbringt euch um Pflanzen zu kümmern und die Pflanzen alle misslich aussehen dann ist eure Programmierung vielleicht doch nicht so gut dann ist das wir sind dass wir nicht so gut wir sind das das